Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Worms Revolution! Zusammen mit der Anuki, dem Rex, der Ela und mir! Oh, das ist ein bisschen verwirrend, weil sowohl in Abschluss als auch Ela sind grün. Ja, hab ich mir im Menü schon getötet. Erschiedet sind wahrscheinlich wieder unsere doppelten Würmer. Ja, aber mir ist egal, wer zu welchem Team gehört, ich töte alles. Und jeden. Du meinst, wie zädelisch? Äh, mit Pfeiltassen. Oben und unten. Ah, ok. Grün wohlgemerkt ist da hinten. Ja, super, die kann man jetzt gar nicht erkennen. Ich schieße einfach auf Rot und Blauen, dann sollte alles passen. Aua! Mein armer Walle! Das fängt ja schon gut an. Mal wieder. Ich muss bei mir noch leiser machen. Hallo, Elbobo. Du hast einen wunderschönen Namen. Jetzt wurde ich angepingt im TS. Auch super. Mitten in der Aufnahme. Irgendeiner unserer Gäste im Hintergrund wahrscheinlich gerade irgendwas geschrieben. Okay, also dieser Elbobo da gehört zur Abschluss. Das haben wir jetzt schon mal festgestellt. Ich weiß, dass einer von meinen Gunther heißt. Das ist wunderschön. Ich weiß. Und einer heißt Merlin. Ja, Merlin ist ja noch ganz okay, aber Gunther ist... Ja, Gunther ging nicht. Ah ok, du hast deine schon benannt. Ah, alles klar. Gut, dann weißt du ja immerhin, welches die dein Team gehören. Ja, du kannst auch einfach eine Taste drücken, dann zählt der nicht runter. Dann kannst du das überspringen. Waffenarsenal. Bravo? Rechte Maustaste. Ah, perfekt. Ja. Ich spiele wieder mit meinem Controller. Aha. Knapp daneben auch vorbei. Ja, sie wollten nur ein Sterpe-Loch da bauen. Oh. Oh, dein Ball ist am Arsch der Welt. Ja, total am Arsch. Ja, aber Channy, wen auch immer dieser Channy-Wurm gehört, der ist gleich tot. Channy gehört Ela. Ja. Doch, Channy ist gleich Geschichte. Also das ist kein Wurms-Name. Deswegen. Wenn... Ey! Stop! Channy wollte einfach nur baden gehen. Das war absurd. Echt? Oh! Ja. Verdammt. Ach. Okay. Ist das doch ein Standard-Name, wa? Ich hätt's nicht gedacht. Ich hätt's nicht gedacht. Dieses... Dieses blaue Auge von El Bobo ist wunderschön. Nein! Ah! 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 Du bist so ein Pro-Gamer! Bitte! Mein Sterbe-Loch hat doch funktioniert! Ah! Scheiße! Fing da schon gut an, ey! Hör mal dran, dass ich glaub Rex. Ja, ich bin dran. Ich bin mal nicht letzter. Bin ich immer die erste gewesen, die ausgerottet war. Es sich noch ändert. Ah! Dein armer Manu, Anoki. Oh! Oh, jetzt führt Eda eiskalt. Ja, ich frag jetzt wie lange noch. Ah, dafür lebt mein Manu noch. Da unten stehen so schön... Da steht aber ein Gunther im Weg, der stur gerade auf den Felsvorsprung guckt. Ah! So, was machen wir denn? Äh, hab ich schon... Nein, das Schaf darf ich natürlich noch nicht verwenden. Das ist ja Mobbing. Nein! Vor allem mein Walle! Wie grenzt die B... Nein, ich glaub ich kann auch ein Schritt laufen. Wie böse. Wie grenzt die B in meinen Walle guckt, ey. Okay. Welche Taste war denn jetzt ein Springen, die? Ne, das ist mal wieder die Frage. Ne, logischerweise auf dem Controller ist ja eigentlich immer A springen. Woop! Ha ha ha! Hu-hahahah! Ich kann direkt zum ersten Mal zum Essen! Ja, das ist schon so. Genau, spring dich selber. Genau, spring dich selber. Ja. 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 Okay, so kraft. Ja, so kraft. So. Ich hoffe, ich sterbe jetzt mal nicht so doof. Äh... Ah, toll. Oh nein! Sehr schön. Ich muss ein paar die Kette reagieren. Oh, du trinkst jetzt. Oh, das überlebe ich, bis das nächste Mal dran bin. Das überlebt der Manu. Er hat noch 69 Gremispunkte. Aha. Toll. Ja. Ja, ich kann mich hier gar nicht mehr bewegen. Ich mach halt, hier, was du machen kannst. Flammenfaust nach oben. Ja. 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 Worms kommt übrigens sehr gut bei mir auf dem Kanal an, ne? Echt? Finde ich gut. Ja, also für meine Verhältnisse gut. Ja, sonst hat's nur ein Video von mir mal so zwischen 4 und 15 Aufrufe. Dass sie nach unten graben. Manche Folgen sind jetzt drüber. Worms. Wie schieß ich nochmal? Leertaste. Ah. Verdammt. Lass sie ihr Tränkfalle schlechthin. Und dann mal ordentlich einer reinrutscht. Oh ja. Was ist denn los, Anouki? Ist man nicht Erste? Ist über die Feiertage Wurmsspielen verlernt? Ja, das ist ein Fehler in der Matrix irgendwie. Da stimmt irgendwas nicht. So vielleicht klappt das ja, dass Rahmschnitzel in die eine Mine da hinten reinrutscht. Und dann explodiert. Und dann explodiert. Wurde ertrinkt zumindest. Das ist auch schön. Das Wasser läuft aber noch ab. Kann ich erstmal meinen Manu hier rausholen. Ja. 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 Ja, Ela kann es doppelt rückschalten. Nein, äh, nicht Leertaste, sondern entweder umschalten oder Enter. Achso, stimmt. Umschalten. Link ist umschalten. Ah, okay. Gut. Ich würd' mal sagen, mein Manu muss dran glauben. So wie Ela da steht. Mhm. Ist klar. Der Hut. Der Hut. Ach, der muss so'n bisschen mehr Zierwasser trinken, würd' ich sagen. Im Realen hätte Wimson's Manu sich halt so die Hutkrempel, so die Haare ein bisschen angesenkt. So knapp war das. Hm. Entweder die beiden oder die beiden Grünen. Nimm Rex und Ela. Ja. Ach, die waren sogar beide von Ela. Rex hat nur noch einen. Hi, soldier. Hi, soldier. Hi, soldier. Scheiße. Woah. Gehst du auf so nem einsamen Berggipfel? Boring. 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 Du kannst dich da wegteleportieren, ne? Ja, mach ich grad. Ich hoffe hin. Du kannst danach nicht angreifen für die Runde, ne? Ja, ich weiß. Weil du stehst da voll im Zielwasser von Eda. Ja. Deinem letzten Ritter. Das gewinn ich noch. So, ich hab leider keinen Fernangriff mehr, das ist sehr schade. Oh, ich glaub nicht. Was mach ich denn jetzt da unten? Ahhhh. Oh, ich weiß, was ich mach. Wo sind der Chiliproger da? Oh man. Boring. Dp. Dp. Aha AHAHAHA Oh, wo ist die denn hin geflogen? Da war doch gar nichts. Die hätte doch eigentlich runterfallen müssen. Geradeaus. Direkt. Hurra. Ich glaube, nach dem Match müssen wir gleich mal eine kurze Pause machen. Mein Bläschen drückt. Oh, ich glaube, ich habe drei Spiele eingestellt. Also Rumpel ist bestimmt tot. Ja. Ja. So, stimmt. Äh, Lenkraketen hätte ich ja auch noch. Das ist eine gute Idee. Das war's. Ja. Wie war das für uns gleich, Hammer? Nächstes Mal bin ich vielleicht nicht als Erste raus. Let's los geht's, Vera. Ich bin mal kurz, äh, für kleine Mädchen. Okay. Hier. Oh. Oh, wow. Oh, jeh. Oh, jeh. Aua, 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 aua. Aber du stehst so scheiß, ich würde dich das eigentlich gern mit nem Baseballschläge wegbefördern. Aua, aua, aua. Mal gucken, ob der trifft. Ja, tut er. Sehr schön. So. Eda, wer ist mal weg, jetzt kommt nur nach Axos dran. So. Ja, knapp daneben ist auch vorbei. Haha. Ah, nam 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 nam. Chatpack. Ich hoffe, das Chatpack reicht bis da oben hin. Ja, tut es. Ja, tut es. Ich hoffe, wir sind wieder da. Hi. Entschuldigung, kurzes Abreden. Ela ist raus und Abschluss wird gerade fertig. Jo. Ja, wie Ela geflogen ist, habe ich noch gesehen. Oh. Oh, wärst du noch so in der erste Runde tot gewesen. Oh, nimm es mindestens noch mit. Na, schade. Oder auch nicht. Ja, nicht ganz gerei. Mit zwei überlebt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Ciao! Ciao!